Hallo liebe Leute, mein Name ist Radojka und ich erkundet dieses Wochenende das wunderschöne Steinhuder Meer. Das glitzende Wasser und die grünen Ufer laden zum Entspannen ein. Boots Tour, Saras Tour, lokale Küche, hier gibt es so viel zu erleben. Frischer Fisch und regionalen Spezialitäten stehen auch vor meiner Liste. Natur, Wassersport, Erholung. Das Steinhuder Meer bietet für jeden etwas. Mein Wochenende Ausflug war fantastisch. Das Steinhuder Meer hat meine Erwartungen übertroffen. Das war's für heute, liebe Leute. Ich hoffe euch hat dieser Einblick gefallen. Bis bald!